eine seuc sopran ukulele aus massiv eukalyptus also das heißt decke massiv eukalyptus rücken massiv eukalyptus und auch der hals aus eukalyptus wie für eine sopran ukulele üblich 12 bünde bis zum korpus und 16 bünde insgesamt das ist jetzt nicht üblich aber hey cool ist es auch dann gucken wir mal was das baby so bimmelt 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 Musik Yay!